einen schönen guten tag zusammen vielleicht einige erinnern sich noch daran wir haben vor ein paar monaten haben wir mal von der telekom den sogenannten ipod ausgerollt und da hatten wir uns einfach mal angeguckt was greift beziehungsweise analysiert mich hier zu hause und ich habe mir mal die gedanken gemacht vielleicht ist es auch relativ interessant wenn man dieses ganze thema einfach mal reverse engine ert einfach mal angeht ihr seht der teapot läuft ich habe extra den teapot seit einer woche jetzt einfach mal laufen lassen um zu sehen ja woher kommen denn wirklich größtenteils die ganzen angriffe bzw analysen von außen und ich möchte mit euch jetzt in diesem video hier zusammen einfach mal auf die datengrundlage drauf schauen was mich jetzt diese ganze woche lang hier ereilt hat auf meinem teapot für euch da draußen noch mal teapot ist nun mal freies produkt was von der telekom über github angeboten wird was wirklich ganz ganz viele honeypots und so weiter anbietet alles automatisiert ihr müsst euch wirklich nicht großartig auskennen ihr müsst nur eine iso installieren oder ein paar docker container ausrollen das passiert aber alles automatisiert über eine installationsfall findet ihr alles auf github oder ich packe hier unten einfach mal einen link rein also kurz zurück zu meinem aufbau ich habe hier nichts besonderes laufen ich habe unten im keller ein server laufen der momentan über meine dsl leitung also nicht hier meine normale internet leitung komplett auf den teapot drauf gemünzt ist das heißt ich stehe mit meiner ip-adresse die ich über meinen dsl anschluss ganz normal habe wirklich mit reinem v4 auch stehe ich mit dem teapot komplett nackig im internet das heißt wirklich jegliche anfrage sollte da ankommen und jegliche anfrage kommt auch auf dem teapot an und da der teapot ja fast alles unterstützt sollte die datengrundlage relativ groß sein ihr seht das jetzt hier was ihr jetzt hier seht mit den ganzen points sind wirklich nur die ich will jetzt sagen wieder attacks ganz wichtig das sind nicht nur attacks das sind auch einfach nur analysen einfach nur irgendwelche porten die durch den gegend schauen das sind irgendwelche tor relay exits die die gegend rumpingen und so weiter und so weiter das ist im endeffekt ja wirklich alles aber das ist nur die live ansicht lasst uns doch einfach mal ins kibana schauen und da kennt ihr es ja wir haben da einige dashboards aber das interessante ist von den ganzen dashboards ist natürlich hier auf seite zwei hier ganz unten der haupt-teapot dashboard und da gehen wir jetzt auch erst einfach mal rein und da sehen wir wirklich die datengrundlage jetzt erstmal von den letzten 24 stunden das schalten wir einfach mal um und ich schalte einfach mal auf diese woche ja diese woche begrenzt sich jetzt auf fünf tage wir haben freitag aber wir sehen schon wir haben einige attacks und wenn ich das jetzt mal zusammenrechne haben wir hier keine ahnung bestimmt über 300 400.000 zugriffe auf meiner ip-adresse die alle auf dem teapot gelandet sind und genau da möchte ich jetzt mit euch erstmal ansetzen dass wir auch wirklich vereinzelt mal auf einzelne geräte schauen ja wer oder was hängt denn dahinter denn die datengrundlage ist da wir sehen hier alles im kibana und ich würde sagen wir fangen einfach mal an wir gucken uns mal ein paar deutsche ip-adressen an um sich deutsche ip-adressen anzeigen zu lassen ist relativ einfach wir haben ja hier auch eine aufmünzung und richtung germany bzw den einzelnen ländern und da gehe ich jetzt einfach mal hin und sag alles klar zeige ich mir doch bitte erst mal nur alles an was irgendwie aus deutschland kommt jetzt könnte der ein oder andere schon meinen ja okay aus deutschland es gibt natürlich auch irgendwelche source ip random spoofing das heißt ich kann attacken los senden im endeffekt mit gefälschten ip-adressen auf der source ebene ja das geht aber nur mit sachen oder einseitigen sachen irgendwo aber jedes mal wenn eben die tcp session zustande kommen muss dann kann die ip-adresse natürlich nicht gespooft sein und deswegen werden wir uns jetzt gleich auch so ein bisschen auf diesem corey attack oder corey honeypot so ein bisschen beziffern weil dann können wir auch wirklich sagen dass die anfrage von dieser ip-adresse gekommen ist und dann können wir auch genauer sagen alles klar das war halt eben wirklich auch eine echte anfrage und nicht irgendeine gespoofte ip-adresse wir gehen wieder zurück und ihr seht schon wenn wir das ganze so auf deutschland runter münzen seht auch schon dass es wirklich deutlich weniger geworden das heißt aus deutschland ist es recht ruhig diesen honey trap ignorieren wir jetzt erstmal so ein bisschen weil der ist so ein bisschen ich finde der ist nicht so wirklich aussagekräftig aber hier ich finde immer hier der der corey und der heralding könnt ihr euch mal selber informieren was die alle machen der corey zum beispiel der ist jetzt interessant weil der wirklich wie so eine art ssl shell oder ssh shell halt eben oder eine shell zur verfügung steht wo sich irgendjemand einloggen kann mit irgendwelchen benutzernamen und passwörtern und die bekommen dann wirklich eine shell oder eine bash halt angezeigt wo man kommandos auch absetzen kann da gehen wir aber gleich ein bisschen mehr in die tiefe also gehen wir mal hier runter ihr seht schon es wird sich eingeloggt mit den wildesten benutzernamen mit den wildesten passwörtern und hier unten wird es aus meiner sicht immer mehr interessanter weil hier unten löst sich das immer mehr auf in richtung ja wer kommt denn wo von welcher ip-adresse hier rechts und von welchem anbieter kommen die eigentlich und da sind jetzt schon so ein paar namenhafte bei wo wir sagen die kennen wir aber die sind uns irgendwie bekannt wie zum beispiel hier deutsche telekom ag oder my log manage it oder first colo oder hetzner online das sind alles namen wo wir sagen oder zum beispiel auch hier unten daimler ag aber jetzt vorsicht wir haben wir noch nicht gefiltert da können jetzt ip-adressen drin sein die auch einfach nur gespooft sind deswegen machen wir jetzt den schritt den ich eben gesagt habe wir gehen jetzt einfach mal auf kori und da wirklich eine tcp session vollends aufgebaut das heißt man kann die ip-adresse in dem falle mit sicherheit gibt es auch ganz tiefe wege wie man das dann vielleicht zu rufen kann aber mir jetzt gerade erst mal nicht bekannt als haben wir wirklich nur noch auf runter gemünzt auf 180 auf 1850 angriffe sage ich jetzt einfach mal jetzt gucken wir unten nochmal rein und wie wir jetzt sehen ist zum beispiel sowas wie daimler schon weggefallen weil da einfach gespoofte ip-adressen waren aber jetzt sind wir wirklich runter gemünzt auf ip-adressen die wirklich bei mir hier angekommen sind und die auch wirklich eine verbindung auch aufgebaut haben mit einem synag das heißt ich habe geantwortet auf dieses paket was die von mir wollten oder heißt es gab gab eine wirkliche kommunikation weil wir natürlich immer wieder auf dem kanal die in hetzner unterwegs sind würde ich sagen filtern wir jetzt auch wirklich einfach mal auf dieses asn von der hetzner und da sehen wir jetzt auch wirklich hier unten nur noch eine einzige ip-adresse die rufe ich jetzt auch einfach mal auf die hier wirklich offensichtlich wir können es erkennen diese eine ip-adresse hat hier wirklich offensichtlich versucht auf mich zuzugreifen mit der eingabe von gewissen benutzernamen mit der eingabe von gewissen passwörtern die mir jetzt irgendwie erstmal noch nicht bekannt sind oder die ich hier nicht zuordnen kann aber das ist das was von dieser ip-adresse kam es sind zwar nur 106 zugriffe und wenn ich das hier richtig sehe waren die zugriffe am 14 dritten in die zur mittagszeit und danach war auch wieder ruhe danach kam nichts mehr aber lasst uns einfach mal reingucken wir sehen hier auch hetzner online wenn man nach der ip-adresse so ein bisschen sucht wir sehen bei hetzner das sind alles die nachbar ip-adressen oder die ip-adressen die ähnliche dienste irgendwie hosten aus diesem ip-adress segment aber hier sehen wir erstmal noch nicht viel ich werde jetzt erstmal hingehen und nimm diese ip-adresse und pack die einfach mal bei schodan rein den tipp gab es nämlich auch vom community mitglied da kann man nämlich ein bisschen mehr sehen was dieser dienst so ein bisschen beherbergt und da haben wir jetzt auch schon was wir sehen das ganz genau hier gunzenhausen hetzner online gmbh der hat einen offenen port namens port 22 und einen offenen port 9100 auch das hatten wir uns bereits schon mal angeguckt damit ich das besser hier im video erklären kann da sind wir nämlich mal so ein bisschen hinterhergegangen überlegt okay was ist denn port 9100 jetzt kann man natürlich hingehen port 9100 gibt man einfach mal einfach mal bei google ein und wenn man mal früher oder später sucht und findet dann findet man nämlich da ganz einfach dass da die applikation promis heus hinterhängt hier oben sieht man es auch und hier steht es auch promis heus not exporter ihr kennt das von meinem kanal promis heus not exporter da kann man wirklich die note auslesen soweit dass man sehen kann cpu last memory und so weiter und so weiter ganz viele daten wie viel wie viel festplatten last wie viele ios werden auf der festplatte welche festplatten sind da drin und so weiter und so weiter und das ist halt eben jeder port 9100 ich greife jetzt explizit mal in diesem video nicht darauf zu denn wie er diese ip-adresse hatte ich schon mal bereits jetzt reportet dass dieser server scheinbar irgendwelche zugriffe wild im internet halt eben hier durch box und auf mich zukam das heißt ich habe diese ip-adresse bei hetzner selber ja abused ob hetzner da schon bereits aktiv geworden ist ich glaube mal die werden ja sowieso selber gar nicht aktiv sondern die gehen ja viel mehr hin und benachrichtigen den server inhaber beziehungsweise den inhaber der aktuellen ip-adresse und sagen hör mal da stimmt irgendwas nicht guck mal bitte rein aber mehr passiert da auch erst mal nicht so lange dann nicht irgendwie der große verdacht kommt von da passieren ganz kuriose dinge aber selbst das können wir einfach überprüfen ich mache einfach mal ein schnelles cmd fenster auf und schreibt hier einfach mal die ip-adresse ab noch gucken wir mal ob der server noch erreichbar ist 250 172 also pink technisch ist die kiste zumindest nicht erreichbar pink technisch aber jetzt haben wir ja eben gesagt da ding hätte ja scheinbar einen offenen ssh port wenn ich jetzt einfach mal ein putty fenster nehmen ip-adresse reinballer ok also scheinbar von meiner ip-adresse komme ich da auch nicht mehr dran das heißt scheinbar würde ich jetzt sagen der server wurde abgeschaltet umgezogen oder sonst was wir können es jetzt noch mal versuchen mit der 9100 ok da ist auch nichts mehr das heißt ich vermute mal jetzt während des videos irgendwann vor der zeit bevor ich auch noch mal getestet habe ist dieser server entweder abgeschaltet worden oder es wurde eine firewall vorgeschaltet so dass ich oder dritte halt eben nicht mehr rankommen zumindest schon dann kennt noch die informationen und ich kann euch sagen wir kamen an die informationen ran aber das war scheinbar einfach einen server der wahrscheinlich übernommen worden ist aber gehen wir von runde zurück wir gehen wieder zurück und sagen hier einfach mal filter entfernen von hetzner online und wir gucken einfach mal was hier noch vielleicht von mailoc irgendwo kommt vielleicht haben wir mehrere ip-adresse auch in dem falle nur eine gucken wir auch einfach mal rein ihr seht es versucht sich auch von dieser ip-adresse hier irgendjemand irgendwie einzulangen wenn man in die reputation reingucken steht ja auch private hosting die kipriano oscar ok auch viele viele ip-adressen im nachbarbereich wo einiges aktiv genutzt wird jetzt nehmen wir auch diese ip-adresse und packung die einfach mal bei schodern rein und analysieren mal ob er dazu irgendetwas kennt kann auch sein dass er gar nichts kennt also er kennt was und um gottes willen ist natürlich jetzt der beste fall den wir haben konnten schaut mal hier der server hat irgendwie eine offene ja rdp session 3389 ich bin jetzt mal ein arsch ich mache jetzt mal remote desktop auf nehmen diese ip-adresse knall die da mal rein und sagt mal verbinden remote verbindung mit initiiert war kann auch sein dass der server nicht mehr verfügbar ist kann auch so dass ich da mittlerweile was getan hat und derjen und irgendjemand das vielleicht reportet hat zumindest wir kommen nicht ran aber ihr müsst mal darauf gucken was für informationen wir alles durch ein system was online im netz steht erhalten wir kennen jetzt zumindest auch den den target nehmen wir kennen hier die version wir kennen den kompletten fqdn ok der fqdn ist in dem fall wieder computer nehmen wir sehen sogar den login screen wir sehen gültigkeit der zertifikate und 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 das ist natürlich schon grob fahrlässig wenn man so ein rdp im internet stehen hat naja das sind auf jeden fall die dienste die wir jetzt gerade mal so auf die schnelle uns angucken können ihr seht wir könnten hier stunden verbringen um diese ganzen daten auszuwerten aber ich sagte euch ja wir wollten man tiefer und tieferen einblick in dieses corey einfach mal reinbringen wie gesagt das ist ein einziger honeypot von den ganz ganz vielen hier wir werden jetzt auch erst mal auf sys week umstellen damit wir ein paar mehr daten sehen 50.000 attacks haben wir hier und wenn man nämlich ein bisschen in die details von den einzelnen honeypots reingeht seht ihr auch wirklich jetzt hier unten nicht nur womit die sich versucht haben anzumelden sondern guck mal hier über meinem bild hier rechts da steht sogar welche commands versucht haben die bots abzusetzen auf meiner shell also jetzt hier zum beispiel irgendwas mit dd blocks heißt 52 count 1 tralala da hat einer versucht das system irgendwie zu überschreiben so enable ist so der typische aber das auch falsch geschrieben doch jetzt richtig geschrieben enable ist der typische befehl um irgendwelche administrativen oberflächen halt eben abzufragen zb so ein cisco router muss man erstmal ich glaube das konflikt thema muss man erstmal enable oder auch hier unten hier haben wirklich drei stück versucht eine datei von diesem honeypot herunterzuladen und das war jetzt auch noch heute morgen noch glaube ich gar nicht da welcher gesehen habe also da sieht man richtig da tut sich was und hier ist auch top downloads hier wurde mehrfach versucht eine datei herunterzuladen und ich finde immer das ist schon sehr sehr interessant auch eine ganz ganz coole information ist ja auf der linken seite dieses ip reputation wo man sieht okay woher kommt denn die ip adresse ist denn die ip adresse bekannt wie zum beispiel man denkt sich auch immer dieses tor netzwerk ganz ganz böse und sowas alles das ist hier sogar aufgeteilt auf bekannte tor exit notes und wenn wir jetzt hier einfach mal drauf filtern wird er wahrscheinlich gar nicht viel bei rauskomme sind lediglich 18 angriffe sagen wir jetzt mal wieder wie gesagt ich möchte das nicht immer alles als angriff definieren weil das kann auch einfach mal forensik sein und der bot rollt halt eben durch die welt so was kommt vor aber hier kommt wirklich von einer einzigen ip adresse was man hier passiert jetzt wirklich nicht viel es ist scheinbar wirklich aus den united states irgendeinen exit knoten der pssh versucht hat hier auf mich zuzugreifen einfach nur mit der kombination root und admin oder wahrscheinlich admin admin oder root root und das ist halt eben auch alles mehr sehen wir hier gar nicht mehr kam aus dem tor netzwerk überhaupt gar nicht raus nehmen wir diesen filter hier wieder raus dann können wir hier oben nämlich einfach wieder entfernen und jetzt auf die länder basis gucken das ist finde ich schon so ein bisschen auffällig und auch das wie wir es zumindest aus unserem europäischen kreis ein bisschen kennen der großteil über die hälfte entschuldigung nicht über die hälfte 47 prozent kommt halt eben aus china können wir auch mal so ein bisschen drauf filtern und gucken mal hier unten was die halt eben alles testen und was halt eben kommt auch hier sehen wir die befehle auch hier unten sehen wir die download sachen also das kommt halt alles aus china und wenn wir jetzt tiefer rein gehen sehen wir auch china mobile mobile communications das könnte auch sein dass also ein paar iot geräte mit hinterhängen china unicom bei jing bei du bei du sagt uns doch irgendwas ist bei du nicht irgendwie so ein bisschen cloud stopp ist gar nicht cloud bei du ist doch glaube ich die suchmaschine die suchmaschine alias google aus aus dem chinesisch asiatischen raum soweit ich weiß also wie gesagt auch da sehen wir wirklich sehr sehr viel was da passiert aber hier sehen wir auch wirklich relativ langweilige passwörter aber gut die scannen halt lieber die einfache passwörter abhalte irgendwelche hochkomplexen brutforce attacken aber gut das können wir ja alles sehen das sind alles die oberflächlichen attacken die machen sich halt auch keine große mühe die versuchen mit einfachen aufwand so viele maschinen wie sie nur kriegen können irgendwie ja zu attacken um den irgendwelche botnetze mit reinzuheben und deswegen werden halt keine komplizierten ja brutforce attacken durchgeführt ich weiß gar nicht was ich euch alles zeigen sollte ich sag mal so rum es gibt so viel ihr seht es läuft hier wirklich rund um die uhr weiter ich kann euch nur einfach mal den tipp geben guckt euch das ganz einfach mal an wenn ihr ein paar mehr daten haben wollt natürlich geht euch irgendwo ein cloud hosted oder sowas server holen wir eben für einen tag oder zwei und guckt euch einfach mal die daten an wirklich wenn man hier im kibana einfach mal sich wirklich tief durchklickt ich wir könnten jetzt hier stunden sitzen und sagen was ist das denn das findet man alles natürlich nach und nach indem man sich einfach mal so ein bisschen durchklickt wer hat denn wirklich wo wie was wann getan es ist natürlich einfach sehr sehr spannend was da alles ankommt und wenn man das ganze so wie wir es jetzt gerade getan haben einfach mal so ein bisschen reverse looked up dann findet man auch ganz häufig wer oder was hängt dahinter und jetzt könnt ihr euch auch selber denken woher manche abmahn anwälte und so weiter das geht alles man kann rückwärts gucken wer wie wo was man muss halt eben nur nachdenken welche informationen sind denn überhaupt handgreiflich oder gibt es da irgendwelche random source ip-adress spoofings und so weiter und so weiter aber das findet man alles raus und dem man sich damit beschäftigt ich sehe die ganze zeit nur indonesien hat gerade ganz ganz viel spaß mit mir und damit beenden wir auch das video ich bedanke mich recht herzlich wünsche euch ein schönes wochenende macht's gut